Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie mit uns in den Sonntag starten. Macht Ihnen gerade Ihre Haut auch so zu schaffen? Die trockene Heizungsluft drinnen und die klirrend kalte Luft draußen setzen der Haut ganz schön zu. Aber auch Stress, Umwelteinflüsse und Lebensalter, auf alles reagiert die Haut hochsensibel. Wir cremen wie die Weltmeister, denn wir alle wünschen uns ja gutes Aussehen, eine gesunde Hautfarbe, gepflegte Hände. Aber was ist, wenn die Haut zum Beispiel aufgrund von Krankheiten verrückt spielt? Ja, wenn die Haut nicht so mitmacht, wie wir wollen, dann kann das richtig an die Substanz gehen. Wie wichtig unsere Haut ist, das verrät auch unsere Sprache. Es gibt Tage, da fühlt man sich nicht wohl in seiner Haut. Oder wenn ein Erlebnis besonders intensiv ist, dann geht das unter die Haut, sagt man. Ganz besonders reagieren wir auf Berührung. Warum Berührung für uns so wichtig ist, Das hat unser Kollege Paul Amberg herausgefunden. Wow, es ist doch unglaublich faszinierend, was Berührungen alles bewirken, oder? Aber Säuglinge, die nur selten in den Arm genommen werden, die entwickeln sich schlechter. Der Tastsinn ist der feinste und älteste Sinn des Menschen. Durch Berührung empfinden wir, nehmen wir wahr und treten in Kontakt mit unserer Umwelt. Diese knapp zwei Quadratmeter große Hülle um uns herum kann aber auch erzählen. Sie kann Botschaften senden, zum Beispiel mit Tattoos. Zwölf Millionen Deutsche sind tätowiert, also jeder Sechste. Tattoos sind also nicht immer nur reiner Körperschmuck. Ein Tattoo auf der Haut kann auch Stärke geben und Mut machen. Unsere Haut ist ein richtiges Wunderwerk. Sie reguliert den Wasser- und Temperaturhaushalt, wehrt Krankheitserreger ab und auch schädliche Umwelteinflüsse. Unsere Haut ist ein robuster Schutzpanzer und besteht aus drei Schichten. Durch unsere Haut erspüren wir unsere Umwelt. Unsere Haut hinterlässt aber auch Spuren, an denen andere uns erkennen können. Wenn man den Menschen ganzheitlich betrachtet, dann ist es fast selbstverständlich, dass man sowohl bei der Erkennung von Krankheiten als auch bei deren Heilung auf die Haut schaut. Und das machen die Naturheilkundler. Unsere Haut, sie umhüllt alles, was wir in uns tragen. Sie schützt uns davor zu überhitzen. An ihr sieht man, wenn das seelische Gleichgewicht nicht stimmt oder wenn wir uns ungesund ernähren. Sie ist ein Kommunikationsmittel und hochsensibel. Aber viele von uns unterschätzen die Haut als Sinnesorgan viel zu häufig. Es lohnt sich wirklich, genauer hinzuschauen. Unsere Haut ist einzigartig. Vor allem die an der Hand. Keinen Fingerabdruck gibt es ein zweites Mal. Die Haut unserer Hand ist mit rund 17.000 Tastzellen ein unbegreiflich komplexes Sinnesorgan. Die Hände eines Menschen erzählen ihre eigene Geschichte. Tja, und was für die Hände gilt, das gilt auch für unser Gesicht. Es muss nicht jede Falte verborgen werden. Auch Falten erzählen von unserer Geschichte. Also, gönnen Sie Ihrer Haut die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Kommende Woche geht es um unser tägliches Brot. Wir erkunden, warum deutsches Brot weltweit so erfolgreich ist, wie wichtig Brot in den Religionen ist und warum manche Menschen Brot gesundheitlich nicht vertragen. Hier geht es jetzt weiter mit dem katholischen Gottesdienst aus der Stadtpfahlkirche in Weidhofen an der Ips in Niederösterreich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Tschüss.